Hallo meine Freunde, ich bin's der Kuchenjäger und ich bin heute mit einer sehr erfreulichen Nachricht hier, zumindest für die meisten von euch, vielleicht auch für die Hater, denn dann habt ihr wieder was zum Disliken. Jedenfalls, wie ihr am Titel erkennen könnt, werde ich bald wieder anfangen normal Wifi-Camp hochzuladen. Das Ganze beginnt am Montag, dem 15.06., das ist also der kommende Montag. Allerdings möchte ich vorher noch so ein paar andere Dinge gemacht haben, wenn man so möchte. Zum einen, wenn ihr gegen mich spielen wollt, ich werde das ausnahmslos über Twitter machen. Ich werde dann eine Stunde vorher oder so, vielleicht auch nur eine halbe Stunde vorher schreiben, in welchem Tier ich kämpfen will. Es werden vermutlich nicht mehr als vier Kämpfe ausgeführt werden, ich möchte immer drei machen. Denn die, die Shady Penguin kennen, englischen Pokétuber, die wissen, er macht das so, er stellt sich ein Team in einem Video. Ich glaube nicht, dass ich das machen werde, aber er stellt sich ein Team und nimmt damit dann drei Matches auf. Sind die Matches nicht unterhaltsam genug, nimmt er noch andere auf, aber für gewöhnlich halt drei Stück und die werden dann über die Woche hochgeladen. So werde ich das vermutlich auch machen. Ich werde dann montags, mittwochs und freitags hochladen und dann versuchen, ob ich am Sonntag noch was hochgeladen kriege, wenn nicht, dann leider nicht. Aber drei Videos, drei Wifi-Kampfe die Woche, werdet ihr auf jeden Fall bekommen. So, jetzt wo das abgeklärt ist, in welchen Tiers werde ich spielen? Vermutlich in allen bis auf Uber, ich werde allerdings P.U., N.U. und A.U. bevorzugen. Es werden sicher auch mal U.U. und vielleicht auch mal ein O.U.-Kampf kommen, aber wie gesagt, die anderen bevorzuge ich einfach. Falls ihr bestimmte Sachen von mir sehen wollt, dürft ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich verspreche nichts, aber es kann natürlich sein, dass sich ab und zu mal was anderes hochladet. Vielleicht mache ich auch mal wieder eine Folge im Fokus oder so, aber das sind dann Sachen, die werde ich spontan entscheiden. So, dann, was ich noch klären wollte, FAQ. Ich wollte gerne am Sonntag ein FAQ hochladen, so um das einzuleiten, wenn man so möchte. Und dazu müsst ihr mir Fragen stellen. Die könnt ihr einfach hier unter in die Kommentare schreiben. Ihr müsst kein Hashtag oder so dazu schreiben, sondern halt einfach, was ihr mich gerne fragen wollt. Und es sollten nicht unbedingt so Fragen sein wie, wo wohnst du oder wie alt bist du, denn das sind Sachen, die, ja, sind nicht besonders schwer herauszufinden und nicht besonders interessant. Alles andere darf mich gerne gefragt werden, aber ich sag's nur so, die Frage sollte einen gewissen Interessantheitsgrad haben. So, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Genau, wie viele von euch sicherlich auch wissen, haben viele YouTuber inzwischen Namen für ihre Communities. Octopower zum Beispiel hat seine Munchies. Tim nennt seine Zuschauer grundsätzlich Freunde. In jedem zweiten Satz, wir sind alle seine Freunde, das ist sehr wichtig, dass ihr das wisst. Und ja, ich hab auf Twitter neulich gefragt und habe ein paar sehr interessante Vorschläge bekommen, um es mal so zu sagen. Einige scheinen nicht zu wissen, dass ich einen YouTube-Kanal und kein Freudenhaus betreibe. Aber gut, ich kann euch auch alle nach Strippern benennen, wenn euch das Spaß macht. Nein, ich hab ein paar Vorschläge zusammengefasst, hab auch noch welche von mir dazu geschrieben. Und dazu findet ihr dann unten in der Beschreibung einen Strawpole-Link. Würde mich freuen, wenn ihr da raufklicken würdet und euch dann sagen, was aussuchen würdet, wo ihr sagen würdet, würdet, ich muss das Wort würdet nochmal erwähnen. So, ja, das wäre ein ganz guter Community-Name und dann entscheide ich das danach. Ich hoffe, das war's soweit. Ich hoffe, dass ihr die Wi-Fi-Kämpfe schaut, denn ich bin tatsächlich wieder sehr motiviert dazu, muss ich zugeben. Ich hab heute drei NU-Kämpfe aufgenommen, drei sehr gute NU-Kämpfe, wie ich finde. Und wie gesagt, fangen am Montag an und dann hoffe ich, dass ihr bis dahin einschaltet. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschü tschü. Warum habe ich gerade salutiert? Ihr könnt mich nicht mal sehen.